Der letzte Lockdown im Dezember hat zwar erneut hohe Kosten in der heimischen Wirtschaft verursacht, allerdings nicht mehr so hohe wie bei früheren Lockdowns. Diese haben mit 400 Millionen Euro pro Woche unter jenen des Dezember-Lockdowns 2020 gelegen, wo jede Schließung noch über 500 Millionen Euro an Kosten verursacht hat, zeigen WIFU-Berechnungen im Auftrag des Finanzministeriums. Der erste Lockdown verursacht noch 1,5 Milliarden Euro pro Woche. Jeder Lockdown belastet die betroffenen Betriebe und sorgt für einen massiven volkswirtschaftlichen Schaden, den wir mit gezielten Hilfen so gut wie möglich abfedern. Positiv jedoch ist, dass die Kosten des letzten Lockdowns unter jenen des Vorjahres lagen. Das zeigt uns, dass unsere Wirtschaft resilient wird, so Finanzminister Magnus Brunner. Neben der ökosozialen Steuerreform, die im Jänner beschlossen wird, sollen unterschiedliche Maßnahmen in einem Wirtschaftspulspaket gebündelt werden, um Arbeitsplätze, Standort und Wohlstand abzusichern. Das Wirtschaftsforschungsinstitut erwartet, wie berichtet, für 2021 ein BIP-Wachstum von 4,1 Prozent. 2022 wird ein Plus von 5,2 Prozent und 2023 von 2,5 Prozent gesehen. Die Inflation wird laut den Wirtschaftsforschern 2022 auf 3,3 Prozent ansteigen und 2022 wieder auf 2,2 Prozent sinken. Der Inflationshöhepunkt wird bereits für Jänner 2022 erwartet.